Zuerst hörte man das Schreien nicht. Man achtete auf sein Werkstück, auf sonst nichts. Akkord. Matze Klemmer trat also von der Säge zurück und hielt seine Hand in die Höhe. Da ragte ein Stück Metall heraus und zwei Finger fehlten. Trotzdem wirkte es wie eine christliche Geste. Jemand betätigte den Notausschalter. Danach herrschte Stille. Die Ärzte sagten, sie hätten alles versucht, aber die Säge habe eine sehr wichtige Ader erwischt. Ein Unglück. Matze Klemmer verblutete. Man erklärte ihn noch an Ort und Stelle für tot. Putzkräfte wischten das Blut vom Boden. Es war sehr viel Blut. Sie füllten ihre Eimer zweimal mit frischem Wasser. Niemand wollte mehr arbeiten. Man sah es in den Gesichtern. Gegen Mittag entschieden sie, die gesamte Belegschaft nach Hause zu schicken. Das sei eine Ausnahme, sagten sie. Die Arbeiter gingen zu den Stempeluhren. Die meisten waren gefasst. Aber da war auch Anspannung. Anton Zürbos stand an der Bahnhaltestelle und blickte auf die Uhr. Es war kurz nach zwölf. Einige Kollegen standen um den Aschenberg herum und rauchten. Nein, er bekam das nicht aus dem Kopf. Die Hand. Das Blut. Den Toten. Zugedeckt nur mit einem Tuch. Die 66 fuhr ein. Schulkinder stiegen aus. Sie waren sehr laut, schrien sich an und schmissen mit Sachen. Ein Ranzen landete vor Antons Füßen. Auch die anderen Arbeiter starrten die Kinder an und sie wurden ganz allmählich leiser. In der Bahn saßen die Männer schweigend. Ihre Köpfe hingen. Auf dem Boden lagen leere Bierflaschen und Einkaufstüten. Einige Sitzpolster waren beschmiert und aufgerissen. Anton musste wieder an die Wunde denken. An die Wunde und an Matze Klemmrath. Er hatte ihn nicht sehr gut gekannt. Im Grunde hatte er ihn gar nicht gekannt. Man hatte ein paar Mal in der Pause zusammengesessen. Ihm war sein Dialekt aufgefallen. Und manchmal hatte Matze Klemmrath etwas über eine Frau und ein Kind erzählt. Aber alles blieb stets im Wagen. Es hätte auch die Familie eines anderen sein können. An den Fenstern der Bahn großflächige Aufkleber mit Telefonnummern. Allesamt von unterschiedlichen Hotlines. Gewalt in der Ehe. Ungewollte Schwangerschaften. Weiterbildungen. Anton war erstaunt darüber, wie farbenfroh sie gestaltet waren. Die Fahrt dauerte keine 15 Minuten. Aber sie kam ihm diesmal länger vor. Mülldorf war die nächste Station. Anton nickte den anderen Arbeitern zu und stieg aus. Die Haltestelle war menschenleer. Nur vor dem Kiosk standen zwei ältere Männer, tranken Flaschenbier und rauchten. Anton kannte sie nicht. Er ging die Straße entlang. Ein Postbote kam ihm auf einem Fahrrad entgegen. Der Postbote trat hektisch in die Pedale. Anton sah ihm für einen Augenblick hinterher. In den Mehrfamilienhäusern brannte schon Licht auf jeder Etage hinter dem gleichen Fenster. Es hatte sehr oft geregnet in den letzten Wochen. In der Zeitung schrieben sie von Problemen mit der Kanalisation, von Bakterien und Keimen. Er verstand nichts davon, aber es klang bedrohlich. Man konnte von der Straße die Küche einsehen. Ein Blick nach unten genügte. Da lag eine Schachtel Zigaretten auf dem Tisch. Es war ihre Marke, Lux. Er blieb stehen und drehte sich um. Aber da war niemand, nur ein Auto fuhr vorbei. Dann schloss er die Tür auf und trat in den schmalen Flur. Hey, Schatz, sagte er, aber es kam keine Antwort. Er wiederholte es. Nichts. Er hängte den Mantel an die Garderobe. Ihre Jacke fehlte. Die Jacke, die er letzten Sommer gekauft hatte und die sie so gerne trug. Im Wohnzimmer war die Couch noch ausgezogen. Die Bettdecke lag zerwühlt daneben. Auch der Tisch war zur Seite gerückt worden. Darauf stand Sekt in Dosen und ein halb voller Aschenbecher. Er rauch Alkohol und kalten Rauch. Im Badezimmer eine geöffnete Puderdose und ihr Lippenstift am Waschbeckenrand. Er ging an den Kühlschrank, nahm sich eine Dose Bier und setzte sich an den Tisch. Die Schatten der Passanten, die draußen vorbeigingen, kurze, schwarze Momente. Und er konnte jedes ihrer Wörter verstehen. Es war, als stünden sie neben ihm und sprächen in sein Ohr. Er riss die Dose auf und trank. Das Bier schmeckte nicht. Er kippte es in die Spüle und zündete sich eine Zigarette aus ihrer Schachtel an. Er saß da, rauchte, wartete. Alles sah ein wenig anders aus, als sehr erst zum ersten Mal. Küchenschränke, Messerblock, Aschenbecher, Kaffeetassen. Er drückte die Zigarette aus. Neben der Eingangstür befand sich eine kleine Kammer, in der sie Konserven aufbewahrten. Er kam sich ein wenig dumm dabei vor, trotzdem tat er es. In der Kammer war es warm und stickig, die Regale fast leer. Mandarinen, Brechbohnen, ein Karton Cornflakes. Er schob alles in eine Ecke und betrachtete den leeren Raum, der entstanden war. Er musste wieder an die Wunde denken. An Frau und Kind, die Matze Klemmerath vielleicht gehabt hatte. Sie waren nicht einkaufen, die große Tasche stand noch unter der Garderobe. Er ging zurück in das Wohnzimmer. Sekt in Dosen. Er hatte noch nie Sekt in Dosen getrunken. Er setzte sich in den Sessel und pulte eine Kippe aus dem Aschenbecher. Es war eine Marlboro. Die Dosen auf dem Tisch glänzten wie falsches Gold. Er legte sich mit Schuhen auf die ausgezogene Couch. Da war ihr Geruch in der Bettwäsche und ein Haar auf dem Kissen, blond und verloren. Er atmete ruhig, die Arme ganz eng am Körper. Ein Geräusch an der Tür weckte ihn und erschreckte hoch und blieb für einen Moment einfach so sitzen. Dann stand er auf und ging in den Flur. Auf dem Boden lag das Prospekt eines Lebensmittels-Scounters. Es war jetzt zwei Uhr nachmittags. Im Badezimmer drehte er den Hahn auf und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er sah an den Spiegel und seine Augen verbanden sich mit dem Bild darin. Und dahinter lag der Wahnsinn. Er war jedenfalls nicht sehr weit entfernt. Er dachte an seine Frau, dann an die Wunde. Zwischen diesen beiden Gedanken lag nicht viel. Da war etwas Fremdes in dieser Wohnung. Etwas Fremdes, das wusste er. Er ist eingedrungen und ließ sich nicht vertreiben. Er nahm seine Jacke und schloss die Tür zweimal ab. Draußen zog er die Kapuze über den Kopf. Der Wind schnitzscharf in sein Gesicht. Der Regen wurde stärker. Er nahm die Abkürzung über die stillgelegte Baustelle. Mittlerweile tat das jeder. Der Zaun lag schon lange im Dreck. Jemand hatte ihn einfach umgeworfen. Seit zwei Jahren ging das nun so. Der Rohbau schimmelte vor sich hin. Kein Arbeiter ließ sich blicken. Der Bauherr war pleite gegangen. Keiner wusste etwas Genaues. Ein paar Jugendliche standen um eine Kernbührung im zweiten Stock. Sie waren an der Außenwand hochgeklettert. Die Treppen waren abgerissen worden. Er sah, dass sie durch das Loch pissten und dabei lachten. Sie bemerkten ihn und er hielt den Blick auf den Boden gerichtet. Vor einem Monat hatten drei Jugendliche auf dieser Baustelle ein Mädchen vergewaltigt und sie danach fast zu Tode geprügelt. Seine Frau hatte seitdem immer Pfefferspray dabei. Er hatte es für sie besorgt. Hinter der Baustelle lag das Einkaufszentrum. Ein hell erleuchtetes Gebäude in einer flachen Senke. Die Fahnen an den Masten schlugen im Wind gegeneinander. Es war ein hartes Geräusch. Ein kleiner Junge stand vor dem Eingang. Von seiner Mutter keine Spur. Er hielt ein Eis in der Hand. Der Regen prasselte auf ihn und das Eis nieder. Doch es schied ihm nichts auszumachen. Anton ging an ihm vorbei und die Türen öffneten sich mit einem elektrischen Summen. Dahinter war alles in Bewegung. Darin eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Jeder mit einer Schale Fritten in den Händen. Der Pullover des Vaters war hochgerutscht. Man konnte den nackten Bauch sehen. Die Haut war ganz weiß. Ketchup tropfte auf den Boden. Es sah aus wie Blut. Die Menschen schoben Einkaufswagen vor sich her und in den Einkaufswagen Lebensmittel, Waschpulver, Fernseher. Stimmen erfüllten den letzten Winkel. Und dann Musik und die Geräusche von Türen, von Schritten, von Hartgeld, das in Kassen verschwindet. Anton blieb stehen. Ein Mann schrie seine Frau an, scheiße ich Geld? Vielleicht schrie er auch sich selbst an. Da war ein Schmerz in Antons Ohren, kaum auszuhalten. Er fuhr auf der Rolltreppe in den ersten Stock. Hier war die Elektroabteilung. Videokameras, Fotoapparate, Laptops. Etwas Verborgenes trieb das alles an. Es konnte nicht anders sein. Anton hatte nur eine leise Ahnung davon, aber es reichte aus. Alle betrachteten das, was sie in den Händen hielten. Und auf dem Boden lag das, was sie weggeworfen hatten. Zigaretten kippen, Kaffeebecher, Kaugummis. Im zweiten Stock Fressbuden ungezählt. Er schaffte es noch auf die Kundentoilette. Ein älterer Mann stand an einem der Pissoirs und beobachtet ihn beim Kotzen. Man hörte Urin ablaufen und die Würgegeräusche. Der Mann sah ihn aus dicken Brillengläsern an. Seine Augen waren ganz klein. Er wusch sich nicht die Hände, bevor er die Toilette verließ. Anton starrte auf das Erbrochen im Waschbecken. Da bestand ein Zusammenhang zwischen all dem und Matze Klemraths Tod. Ein Geheimnis, wenn auch nur ein kleines. Seine Hände zitterten und als er in den Spiegel blickte, gab es wieder diesen Moment. Innehalten vor dem, was dahinter liegt. Und die Frage, wie man weitermachen sollte. Ob man weitermachen sollte. Er fand sich an der Bahnhaltestelle wieder. Sie war fast leer, nur ein paar Leute warteten. Es war die Haltestelle, von der er immer zur Arbeit fuhr. Jeden Morgen, jetzt schon seit Jahren. Er dachte an sie, an seine Frau. Sie hatten sich etwas aufbauen wollen, gemeinsam. Es hatte gut angefangen. Eine neue Stadt, Arbeit, Wohnung und keine Streitereien. Sie hatten sehr wenig getrunken, hatten sich unter Kontrolle gehabt. Die Kollegen waren nett, auch das Geld in Ordnung. Da war noch ein letzter Funken zwischen ihnen, ein letzter Rest Hoffnung. Er hatte es wirklich geglaubt. Die Frau neben ihm begann zu weinen. Sie hatte schon die ganze Zeit da gestanden. Aber er hatte sie nicht bemerkt, hat an ihr vorbeigesehen. Das Kostüm, das sie trug, war ein wenig eng und ihre dünngrauen Haare flatterten im Wind. Zuerst versuchte sie, leise in die Hand zu weinen. Doch dann tat sie es ganz hemmungslos. Die Tränen liefen und liefen. Er sah sie nicht an. Er hörte ihr Schluchzen. Sie hatte eine Reisetasche dabei, eine dieser modernen, mit Rollen. Sie wirkte irgendwie geschäftsmäßig, nüchtern. Durch dieses Weinen verlieh ihr etwas Wildes, etwas Echtes. Da musste etwas Großes in ihrem Leben geschehen sein. Man weint nicht einfach so. Nicht auf der Straße, nicht vor Fremden jedenfalls. Nicht so richtig. Die Dinge passieren und man kann nur mit ihnen leben. Die 66 fuhr ein. Diesmal stiegen keine Schulkinder aus. Er setzte sich in einen Vierer und die Frau blieb stehen. Sie weinte einfach weiter. Die Bahn fuhr an und jetzt fühlte sie ein wenig besser an. Ein wenig wie sonst auch.